Für das Imperium sind wir doch alle entbehrlich. Ja, seid ihr. Nein! Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedauere, berichten zu müssen, dass unser Yidi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Das war jetzt knapp, Kleider. Hättest du nicht besser auf die Monitore aufpassen können? Ereya-Kämpfer, Muckis und Außenwälder überfallen einen Paian-Konvoi. Versuche sie nicht geschafft. Was würde Jaro Tipol sagen? Du hast kein Recht, seinen Namen auszusprechen. Ich frage mich, was würde er jetzt über seinen Padawan denken? Der im Schatten mit einer Verräterin paktiert. Nicht schlecht für Abfall. Und für einen Yidi? Ist doch das Gleiche. Weißt du, ich war auch ein Yidi. Ich würde dich gerne anwerben. Und dann brechen wir in den Rest von uns. Ist das Sonnen? Darauf folgt Isolation. Weiter! Überstimmelung! Und deine Freunde! Von denen hast du die Finger verstanden? Niemand stopft das Imperium! Aber dich schon! Schuss! 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 Nein! Verdauern. Der macht. Ja. Meister. Du bist ein Versager. Wir schwächen ihn. Ein Verräter. Du bist kein Jedi. Du hast für mich deine Erinnerung riskiert. Man wird dich prüfen. Jeder Jedi begegnet der dunklen Zeit. Das ist die Prüfung. Und es ist leicht zu scheitern. Die Wahl weiter zu kämpfen macht uns zu dem, was wir sind. Wir werden immer kämpfen. Die Jedi sind noch nicht verloren. Wir sind noch nicht verloren. Kashyyyk ist noch nicht verloren. Ich bin nur ein Reisender. Ich studiere die Natur der vergangenen Kulturen und toten Philosophen. Wer seid ihr wirklich? Taron Malikos. Wie ein Maliger Jedi. Genau wie du. Es war falsch, dich an meiner Seite zu werden. IchAN! Die Jedi ist noch nicht verloren. Und ihr seht die Haare. Dann sind die Jedi. Das ist die世界 der Welt. Ich frage mich auch eine Ahnung. Ich frage mich auch die Welt. des Rates, nach dem Willen der Macht, Cal Kestis. Steh auf, Jedi-Ritter.